Nach dem jüngsten Muttertags-Skandal wurde Prinzessin Kate an der Seite von Prinz William gesichtet. Der traf wenig später in der Westminster Abbey ein, alleine. Prinz William, royale Fahrgemeinschaft? Lange war es ruhig und Prinzessin Kate, 42, bis jetzt nach ihrer überraschenden Operation im Januar und ihrer royalen Pause bis Ostern, sorgte ausgerechnet ein Muttertagspost auf Instagram verreichlich Trubel. Offensichtlich gefolgt von weiterem Aufsehen um die dreifache Mutter, denn Kate wurde überraschend an der Seite ihres Gatten Prinz William, 41, gesichtete. Am Montagnachmittag des 11. März 2024 fand in der Westminster Abbey der alljährliche Gottesdienst zum Commonwealth der Stadt. Den Termin absolvierten William und Königin Camilla, 76, als hochrangige Royals alleine, da auch König Charles III, 75, aufgrund seiner Krebserkrankung ausfiel. Auch Prinzessin Kate sollte eigentlich verhindert sein. Aufnahmen, die der Daily Mail vorliegen, zeigen jedoch die 42-Jährige auf der Rückbank eines Autos neben William, der nur wenige Minuten später die Kirche betrat, alleine. Kates privater Termin stiftet erneut Verwirrung. Rebecca English, Royal-Korrespondent der Quelle schrieb dazu auf X, früher Twitter. Sie wird nicht am Gottesdienst zum Commonwealth Day teilnehmen. Mir wurde gesagt, die Prinzessin habe einen privaten Termin. Was hinter Kates privatem Termin steckte, teilte der Palast jedoch nicht mit. Scheint so, als wolle sich die Thronfolgerin an den Zeitplan, erst nach Ostern zu den öffentlichen Terminen zurückzukehren, halten. Kleine Lebenszeichen wie diese könnten jedoch die Gerüchte Küche um die Prinzessin weiter anfeuern. Während einige Fans vermuteten, dass die Britin nach ihrer Operation im Koma lag, sind andere noch immer davon überzeugt, dass sie William verlassen habe. Immerhin scheinen das, die neuesten Aufnahmen nun dementiert zu haben.